Ich trete dich. Ich trete dich! Uah! Was? Joseph! Joseph! Scheiße! Wo ist er hin? Kapitel 2. Okay. Muss er eben allein zurecht kommen. Ich muss weiter. Leslie finden. Wenn Wege sich kreuzen. Jo, und somit ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zu Kapitel 2 von The Evil Wolf and The Assigned Man vom DLC. Weiter geht's im Text mit der Kidman. Wir dürfen hier wieder weiter gehen. Im letzten Part haben wir ja Kapitel 1 beendet und... Okay. Okay. Da ist schon so. Okay, aber was ist denn nicht... Ach, da kann ich gar nicht lang. Hä, Digga! Was geht da drüben? Das sieht nicht gesund aus. Letzte Part haben wir ja kurz Rubik getroffen. Wir haben erfahren, wie wir in diesem Wasser Gefängnis gelandet sind. Und ja, schauen wir mal, wie es hier weiter geht. Denn wir sind hier unten verschlungen worden und werden jetzt hier weiter gehen. Und weiter schleichen, bis es nicht mehr geht. Okay. Und hier brauche ich meine Taschenlampe. Das ist prima. Sehr dunkel. So mag ich es am liebsten. Nichts besseres. Wenn es sehr dunkel ist. Dunkel ist. Sein Name war Ruben Victoriano. Aber jetzt existiert er als Rubik im Encephalon des Stem. Ruben war brillant. Er hat das System ganz allein erschaffen. Aber wir hatten unterschiedliche Ziele. Und was ist mit ihm passiert? Das Problem mit Ruben hat sich erledigt. Das passiert, wenn man den falschen Leuten traut. Ja. Er weiß, dass ich hier bin. Wir wissen ja, dass Ruben Rubik ist. Ruben war genial. Rubik im Killer. Und er hat sich leider mit den falschen Leuten angelegt. Das haben wir ja auch schon mitbekommen. Falschen Deal. Und hat sich in die Scheiße rein. Ich hab da pultiert. Und nun? Gehen wir hier. Durch das Dunkle. Kannst nicht. Das Gefühl ich vergiss hier was. Na egal. Ja? Hallo? Hallo? Jemand da? Wie im Horrorfilm. Hallo? Jemand da? Hallo? Ist keiner. Doch, da ist was Unsichtbares. Ach du Scheiße. Was das? Eine Axt. Und was läuft da? Was Unsichtbares? Ach ne, Leslie. Okay. Und wir kriegen eine Axt. Ach ne, ist... Ah nein. Das sind die hässlichen Viecher. Die sind aber unsichtbar ja. Das kennen wir ja schon. Wir brauchen unsere tolle Axt. Sonst, wir haben ein Problem. Da läuft er. Nur, dass er uns nicht sieht. Oh, fuck. Shit, shit. Bin ich da? Oder? Hat der mich jetzt gesehen? Oder? War der blind? Der glitscht doch da rum. Da ist er. Hey, mein Freund. Wie geht das dir? Wie geht das anscheinend? Oh Gott. Nicht umdrehen. La la la. Ich will nur die Axt. Steuerung von Motoren. Schleichangriff. Beim Schleichen töte deinen Gegner. Blitzschnell mit der Axt. Die Axt ist anschließend unbrauchbar. Wieso? Mit der Axt kannst du Gegner, die dich in der Nähe bemerkt haben. Blitzschnell vornehmen. Töten. Schleichangriff. Funktionieren nicht bei allen Gegnern. Natürlich. Hat der mich gesehen? Sieht der mich? Als er mich nicht sehen würde. Voll behindert. So. Schleichangriff um. Putsch. Und die Axt ist einmal kaputt. Einfach so. Weil die Axt ja dann in tausend Teile zerbricht. Unglaublich. Oh man hey. Jetzt habe ich schon gedacht. Ja. Ich habe eine Axt. Ich kann mich wehren. Und das war wohl wieder nichts. Hey. Hey. Gegenstand erhalten. Du hast ein neues Musikstück vorgestellt. Du kannst es dir im Soundtracks Player Menü und da läuft irgendwas. Hä? Ich habe gedacht. Da läuft was. Ich habe doch gerade was. Laufen gehört. Oder nicht? Verarsch mich doch nicht. Das Spiel verarscht mich. Wusste ich es doch. Ich wusste doch, dass es mich mobbt. Es sind doch sicher noch mehr solche unsichtbaren Kollegen kommen. Aha. Eine Tür die auf und zu geht. Das wollte ich schon immer haben. Das fehlt in einem Horrorspiel immer. Da ist niemand drin. Die Tür geht auch auf und zu. Geil. Und ich höre doch wie hier Leute. Da ist jemand drin. Natürlich. Natürlich lauft da einer. Wo kommt der jetzt her? Lol. Krass. Wo der jetzt her kommt. Wo ist der jetzt her? Blöde Sache Das heißt echt, ich muss ja weiter schleichen Oh Mann Und dennoch mit diesen unsichtbaren Freaks Die kann man ja leider nicht mit Schleichangriff töten Ist der jetzt hin? Der ist jetzt weg Boah, der kommt näher Die Schritte waren jetzt übeltrieben nah Die Tür geht jetzt wieder von alleine zu Das ist doch scheiße Er kommt wieder Natürlich kommt er wieder Kommt der hier raus? Da kommt er natürlich hier raus Ich sehe ihn, wenn er hier In Werke kommt Hihi, der flutscht Der ist voll der Flutscher Hau ab Geh weg Lass mich da rein Hier ist keine Sau Drin Oh Mann Wie war das hier? Ist keine Sau drin Manu Der hat aber ein Messer drin, oder? Das kann ich wahrscheinlich nehmen Was läuft denn hier so nah? Hier gibt es noch viel erschütternder Unsere Testsubjekte Unsere Testsubjekte sterben Sie kommen abrupt aus dem Stem Und sterben mit völlig verängstigtem Blick Und die, die überleben, sind katatonisch Sie plappern unverständliches Zeug Und lassen sich nicht befragen Wir taten nichts, was die Veränderung bewirkt haben könnte Es muss am wachsenden kollektiven Bewusstsein im Stem-System liegen Die Patienten können dieser Belastung nichts entgegensetzen Wir brauchen gesunde Subjekte Vielleicht reinigen sie auch das System In seinem jetzigen Zustand ist es nicht tragbar Das wird Mobius wohl kaum gefallen Und dieses Mal werden sie mir die Schuld geben Unser neuer Prototyp in Beacon ist fast fertig Wenn er bereit ist, stelle ich ihn auf das Funksystem um Selbst wenn die ursprünglichen Stem-Experimente fehlschlagen Beweise ich Mobius mit der nächsten Generation meinen Wert Okay Sie sterben alle Und alle immer gleich Kann ich das Messer nicht nehmen? Natürlich nicht Dann sehe ich wenigstens, wenn der geht Ach, da läuft hier immer hin und her Das ist natürlich Schreiße Die Frage ist aber eher Da drüben kann ich ja auch rein Ist es hier nur einer oder sind es hier zwei? Das ist natürlich die Frage Klatsch, klatsch Oh, da läuft er Das ist die Frage Einer oder zwei? Ich glaube nämlich nur, dass es einer ist Ja So die eine Axt hier Und die liegt total scheiße Eine Tonne im Ding Was gibt's ja sonst noch? Zu sehen? Nichts Na, wo bist du? Mein Freund Du läufst doch hier doch rum Komm Komm zu Papa Hä? Der war doch hier Kommt der mal wieder? Ja, ich höre noch Er kommt Boah, diese Geräusche Widerlich Schleich an den Griff Schleich an den Griff So Und Zack Weg ist er Und die Axt ist natürlich wieder weg Wow Mal wieder Die Axt down Jetzt kann ich mich hier nämlich umgucken Genau Boah, die Dosen da Um hier auch noch einen zu erschrecken Ja, geil Das ist natürlich praktisch So Wir können hier Das aufmachen Machen wir auf Auf damit Komm Deine Frau Mach das Ding auf Und nochmal So Jetzt muss ich da runter Was Dein Ernst Dein Ernst Wo bin ich denn jetzt hier? Iiih Da oben ist Auf jeden Fall Irgendwas, oder? Ich muss nicht sagen, dass hier nichts ist Warum geht ein Weg hier hoch? Die Kiste bewegt sich nur ein bisschen Aber sonst Ist echt nichts Komisch 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 Dreht der dich Ich töte dich Oh Was? Alter Haha Das ist uncool Das Fähig kommt da einfach um die Ecke geschossen Da ist nix Wo kam das denn her? Ich hab so die Böde Befürchtung Dass es gleich angeräumt kommt Ja, es rennt hier rum Ach du Scheiße Es sucht mich Oder es sucht Leslie Besser gesagt Na wo bist du? Ja, Leslie ist nicht hier Leslie ist nicht hier Das ist gleich Oh 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 Ah! 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 Alter! Wie? Nachladen! Wo kommst du? Der ist tot. Was? Was tut du für einer? Ich krieg aber einmal der Waffe. Woher? Weg! 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 Vielleicht hab ich einmal unendlich Munition unterpasst. Fast. Nein! 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 Mann! Ich hab mal so angerannt. Mann! Außer demnächst auf einmal aus dem Schleich. Ich muss mal einmal schießen hier. Was soll denn das? Weil es zufällig genau da eine Waffe liegt. Geil, ey! Okay. Was hab ich eigentlich drauf vorbereitet? Ja! Ja! Nachladen! Da kommt der erste Kollege. Und der hab ich mehr Angst. Wie vor... Vor den hier. Nachladen! Der mit der Axt tötet mich sofort. So! Der mit der Axt kommt wieder. Nachladen! Ich komm noch! Boah! Ich hab nicht mal so viel Schuss. Boah! Boah! Zu viele! Zu viele! Zu viele! Fallum! Zu viele! Zu viele! Zu viele! Boah! Leck mich! Hau ab! Schwindel! Das ist kein Allerfutter! Das ist ein Horror-Spiel! Ab! Oh! Zu viele! Oh! Geh los! Seh nix! Was? Meine Fresse! Hau doch ab! Meine Fresse! Meine Fresse, ey! Ja? Und? Endliche Sicherheit? Niemals! Ja, 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 ja! Komm! Raus! Raus! Wenn Leslie hier unten ist, wird er nicht lange überleben! Ich muss ihn finden! Sieht lecker aus! Kann ich sagen! Und auf einmal geht die Waffe nicht mehr, komischerweise. Und wir hatten unendlich viel Munition! Das ist aber natürlich auch praktisch! Naja, was soll's! So würde ich sagen, hier beende ich diesen Part! Und ich hoffe es hat euch gefallen! Im nächsten Part werden wir weitergehen! Vielleicht werden wir wieder ein bisschen umballern dürfen! Wenn wir da was finden, vielleicht mal schauen! Lasst einen Daumen und Kommentar da! Und bis zum nächsten Mal! Ciao! Bis zum nächsten Mal! Ciao! 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 Ciao!